Was ist die große Überraschung? Das sieht doch nach einem Happy Couple aus, oder? Aber wer ist der Mann an Harald Glöcklers Seite? Es handelt sich um Nachwuchspolitiker Marc-Erik Lehmann, 26, CDU-Ortsvorsitzender in Berlin-Fronau. Zuvor war der Kultdesigner 35 Jahre lang mit seinem Noch-Ehmann Dieter Schroth, 74, zusammen, und im Jahr 2022 folgte schließlich die Trennung. Glöckler und Lehmann kennen sich bereits seit vielen Jahren, sie trafen sich vor sieben Jahren in einem Berliner Club. Erste gemeinsame Bilder der beiden tauchten bereits 2018 auf, und seitdem haben sie sich nie aus den Augen verloren. Es scheint offensichtlich zu sein, dass aus ihrer Freundschaft nun Liebe geworden ist. Die beiden strahlen vor Glück und genießen ihre Zeit gemeinsam. Ob auf glamourösen Veranstaltungen oder in ihrem Alltag als Paar. Harald Glöckler, der für seinen extravaganten Stil und seine außergewöhnlichen Kreationen bekannt ist, hat in Marc-Erik Lehmann einen Partner gefunden, der ihn in seiner Karriere und persönlichen Entwicklung unterstützt. Der junge Politiker bringt frischen Wind in Glöcklers Leben und gemeinsam blicken sie voller Vorfreude auf die Zukunft. Die Medien und Fans sind gleichermaßen begeistert von diesem unerwarteten Liebesglück. Die Bilder des Paares verbreiten sich schnell in den sozialen Medien und sorgen für positive Reaktionen. Viele Menschen bewundern die Offenheit und den Mut, den Harald Glöckler und Marc-Erik Lehmann zeigen, indem sie ihre Liebe öffentlich machen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Beziehung weiterentwickelt und welchen Einfluss sie auf das Leben der beiden haben wird. Doch eines ist sicher. Harald Glöckler und Marc-Erik Lehmann haben bereits bewiesen, dass sie als Paar stark sind und gemeinsam viele aufregende Abenteuer erleben werden. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre gemeinsame Zukunft und freuen uns darauf, mehr von Ihnen zu sehen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre gemeinsame Zukunft.